Ni hao meine lieben Reisverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Broadstars. Leute, viele von euch feiern immer, dass ich Solo-Showdown spiele und heute dachte ich mir spontan, es ist eine gute Map da. Wir werden ein bisschen Solo-Showdown mit Nani auf 900 spielen, wird auf jeden Fall mega nice. Lasst auf jeden Fall gerne schon mal jetzt einen Daumen nach oben da, Leute. Lasst uns einfach mal spontan versuchen, die 2222 Likes auf diesem Video zu knacken. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Hier gibt es jeden Tag einen Stream, jeden Tag ein Video. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, kostenlos, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Creator-Code eintragt. Und falls ihr euch was kauft, Leute, es läuft momentan noch ein Giveaway. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, echt einiges an iTunes-Karten schon weggegeben. Und auch hier einen fetten Stapel an Google Play, alles 15-Euro-Karten. Und ja, Leute, wie ihr daran teilnehmen könnt, ist sehr simpel. Macht einfach ein Video, wie ihr etwas mit meinem Creator-Code kauft, beziehungsweise ihr seht, Supercell macht momentan mega viele Pakete, ich habe jetzt gerade keins, weil ich alles schon gekauft habe, Angebote. Und wenn ihr die kauft, Leute, müsst ihr unbedingt vorher meinen Creator-Code eintragen, wenn ihr mich supporten wollt, das ist nämlich neu. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, Leute, mein erstes Game, let's go. Äh, ich weiß zwar gar nicht, was die jetzt alle spielen, weil... Bell... Lol. 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 Hä? Shelly, Bibi, was? Wo bin ich hier gelandet? Was ist das für eine Lobby, Leute? Das ist mein erstes Game. Ich habe vorhin übrigens in Power League, Leute, eine Losing-Streak gehabt von 4 oder 3. Und dann hatte ich eine Elfer-Winning-Streak. Jetzt bin ich wieder mystisch 3 Richtung Legendary. Ich überlege, ich weiß nicht, Leute, ich habe in einer Stunde echt sehr schnell... Sehr schnell games und schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr wollt, dass ich weiter Power League Solo probiere. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, es ist... Manchmal hat man echt Pech und ich hatte auch eine Shelly First Pick in meinem Team. Grüße gehen raus an meinem Troll-Team, ähm, Troll-Team-Mate, der First Pick Shelly pickt. Und ich bin ja auch... Das letzte Mal, als ich gedodget habe, ist ja auch schon ewig her, Leute. Beziehungsweise, ähm, ich bin einmal nur gedodget jetzt, aber nicht gedodget. Also, mein iPad ist einfach ausgegangen, ne? Das war jetzt nicht unbedingt ein Dodge. Oh, hier spielt jeder den Boxer. Da kommt man, ob ich einen One-Shotten kann. Let's go! Let's go, Leute! Was machen die? Oh, hier war so eine gute Map mit Nani, ne? Hier war so eine gute Map mit Nani, Leute. Und... Oh, nein! Oh! Ich weiß aber, dass ihr alle Solo-Show dann feiert, ne? Oh, Mann, oh, Mann! Ich krieg' die Krise. Komm, wir lassen den Boxer in Ruhe, Leute. Wir lassen den Boxer in Ruhe. Hahaha! Oh, Mann, Leute! Oh, Mann! Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Was ist das für ein Game? Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, Mann, 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 oh spiel jetzt bin ich da ist eine shelly die töten sich einfach let's go ich kann nicht mehr was ich dachte mir voll geil von viele spielen hier nani ich muss jetzt gegen die wand unten weil ich angst habe dass dieser box auf mich springt ja es zu riskant leute ich kann nicht mit denen ich hätte gedrücken müssen ups dann wäre er tot das ist nicht geil das ist gar nicht gut ich muss gegen die wand und leute weil sonst sehe ich bei mir hinten nichts ich muss das machen also jetzt nicht glaubt nicht dass ich los bin und ich eben kann aber da ist ein boxer der auf mich drauf springen kann wobei ich glaube es macht keinen unterschied wenn er auf mich springt und mich töte dann macht es keinen unterschied ob ich leute schreibt man in den kommentaren soll ich mal wieder ein tima töten video machen ich glaube es ist wieder zeit leute ich glaube ich bin dann hier auch den boxer und töte einfach ein team weil das schreibt mal in dem chat in den kommentaren ob ich tima töten mal wieder machen sollen sehr gefährlich leute ich habe auto auto eben weil er also vor mir stand deswegen aber ich hätte wahrscheinlich normal eben sondern aber hätte glaube ich auch kein unterschied gemacht okay zweites gameplatz zwei so auf geht's zur nächsten runde ach so genau was ich noch sagen wollte und zwar bringt das supercell neues spiel raus zwei neue spiele noch flash heroes clash mini leute schreibt mal in den kommentaren ob ihr wollt also ich habe vor denkt daran dass ich brawl stars weiterhin mache jeden tag und jeden tag stream soll ich im crash mini oder crash heroes spielen oder beides auf den kanal ich meine ich bin bereit Leute also auch dank euch ich wäre bereit auch wenn das spiel im soft launch ist so ein bis 2000 also 1000 pro spiel wenn ihr wollt dass ich beides mache ansonsten hat nur ein spiel Zu investieren leute also juwelen et cetera da aufzuladen damit ihr das sehen könnt da ich youtube ja auch hauptberuflich mache und ihr mich so stark supportet könnt ihr mal gerne in den kommentaren schreiben ob ich also ich werde neun stelle wahrscheinlich dann machen Und auch daily uploads und vielleicht hole ich mir sogar ein cutter also je nachdem ich bin mir noch nicht sicher ob ich ein cutter brauche Weil ihr feiert ja so wie ich meine videos mache ohne großen schnickschnack einfach game zum game Könnt ihr mal wieder in den kommentaren schreiben ob ihr wollt dass ich crash mini spiele oder clash heroes oder vielleicht beides Ich bin mir nicht sicher ob ich beides so also beides so aktiv spielen kann weil wenn ich will ja bratsch das weiterhin machen Kommt mir und die haben wir und die ich weiß ball Ich hätte die tarra töten sollen Ja würde ich sagen wir haben overall noch plus gemacht und ja genau ja dann würde ich sagen das war es jetzt mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen lasst unbedingt daumen nach oben da leute falls ihr noch nicht abonniert habt abonniert gerne diesen kanal und aktiviert die glocke gibt es jeden tag ein video und jeden tag stream und denkt daran wenn ihr euch was gehört im shop könnt ihr gerne meinen creator code eintragen kurs geht raus an jeden von euch wir sehen uns und ciao und